Anastasia und ihr neuer Hit Paid My Deues Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 Ich weiß, Elton John hat gesagt, das ist eine Frau, die hat Herz, die hat Seele, die hat so viel Leidenschaft und die größte Stimme überhaupt. I know Elton John said you just get heart, soul, you get so much passion in singing. How does the U impress you, if Elton John says something like this about your music? Well, he's a legend and I've been so gifted to have many different people in my life, give me positive energy so that I can continue to be a singer. And it's just a beautiful thing to have everybody and their support. Thank you. Also Elton John, mein großer Unterstützer, ist er sehr dankbar für, dass sie so viel positive Energie zurückgekriegt hat. Ich bin ganz sicher, bald schon wieder in Deutschland zu sehen, aufzunehmen. I'm going to see you very soon again in Germany. Thank you so much, Anastasia. Thank you. Thank you.